Wie der Osterhase einmal den Weihnachtsmann reinlegte Was macht der Osterhase eigentlich zur Weihnachtszeit? Naja, meistens langweilt er sich. Aber dieses Jahr sollte es anders sein, denn der Osterhase hatte eine Idee. Er wollte den Weihnachtsmann am Nordpol besuchen und ihm beim Geschenke verpacken helfen. Und weil in der Zwischenzeit niemand auf seine Ostereier aufpassen würde, nahm er sie einfach mit auf die Reise. Er hatte zu viel Angst, dass sonst ein Fuchs die Eier stehlen könnte. Der Schlitten des Osterhasen war mit unzähligen Säcken schwer beladen und der Hase brauchte seine ganze Kraft, um ihn zu ziehen. Der Weg war weit, doch nach einigen Tagen hatte er sein Ziel erreicht. Er ließ den Schlitten draußen stehen und betrat das Haus des Weihnachtsmanns. Ja, gibt es so etwas? Osterhase, was machst du denn hier? Wollte der Weihnachtsmann wissen. Ich will dir helfen, die Geschenke zu verpacken, antwortete der Osterhase. Du? Sei mir bitte nicht böse. Ich bin mir sicher, Eier verstecken kannst du, aber diese Arbeit hier? Nein, das können meine Wichtelmänner sicher tausendmal besser als du. Aber vielen Dank, dass du mir helfen wolltest, erklärte der Weihnachtsmann. Diese Beleidigung wollte der Osterhase nicht auf sich sitzen lassen. Um dem Weihnachtsmann eine kleine Lektion zu erteilen, heckte er einen Plan aus. Statt abzureisen, versteckte er sich draußen hinter dem Haus. Und als der Weihnachtsmann endlich schlafen ging, schlich sich der Osterhase heimlich in die Scheune nebenan und machte sich an den Weihnachtssäcken zu schaffen. Am nächsten Tag belut der Weihnachtsmann seinen Schlitten, nahm seine besten Rentiere, flog hoch in den Himmel und machte sich auf zu den Kindern, um die Geschenke zu verteilen. Der Osterhase folgte ihm unauffällig. Er hatte ein paar andere Rentiere in seinen Plan eingeweiht und die spannte er nun vor seinen Schlitten und sauste dem Weihnachtsmann hinterher. Als erstes besuchte der Weihnachtsmann einen Kindergarten. Die Kinder jubelten vor Freude, als sie ihn sahen, und jedes sagte fleißig ein Gedicht auf. Der Weihnachtsmann nahm seinen Sack von der Schulter, öffnete ihn und sagte, »Jedes Kind darf sich ein Geschenk herausnehmen.« Der kleine Benjamin griff als erster in den Sack und zog ein Osterei heraus. »Was ist das denn?« rief er laut. Auch die anderen Kinder zogen reihenweise bunt bemalte Eier und streckten sie dem Weihnachtsmann entgegen. »Hä? Bist du etwa der Osterhase?« »Warum hast du keine langen Ohren?«, fragte Tommy. »Du hast dich wohl in der Jahreszeit vertan?«, tönte Ann-Kathrin. »Bist du etwa der Ostermann?«, wollte Magnus wissen. Der Weihnachtsmann lief knallrot an, bis sein Gesicht die Farbe seines Mantels hatte. In diesem Moment betrat der Osterhase den Raum. »Ho, ho, ho!«, sagte er und stellte einen zweiten Sack neben den mit den Ostereiern. »Greift zu! Das hier ist alles für euch!« Die Kinder bekamen nun ihre wirklichen Geschenke und der Weihnachtsmann war sichtlich erleichtert. »Hm, du hast mich reingelegt, Osterhase!«, stellte der Weihnachtsmann später fest. »Ja, das habe ich, denn ich wollte beweisen, dass ich dir nämlich doch eine Hilfe sein kann. Das habe ich ja gerade getan. Vielleicht bin ich nicht der Schnellste im Geschenke verpacken, aber helfen kann ich allemal,«, sagte der Osterhase. »Du hast recht,«, lachte der Weihnachtsmann. »Ich freue mich schon darauf, wenn du mich im nächsten Winter besuchen kommst. Die Eier, liebe Kinder, dürft ihr übrigens behalten.« »Frohe Weihnachten!«, wünschten der Weihnachtsmann und der Osterhase gemeinsam. Und ein jeder machte sich auf seinen Weg.